Ich bring mal den Müll raus. Stopp, nein! Warte, warte, warte. So. Stopp, 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 stopp. Du hast das letzte Mal den Müll rausgebracht, ich bin dran. Nadine, hör auf, bitte. Ich möchte jetzt diesen Müll rausbringen, das ist mein Müll, ich habe einen Anspruch auf diesen Müll. Nur weil er stinkt. Es ist nicht zwangsläufig dein Müll. Nadine, du hast da, du hast schon genug zu tragen, lass mich diese Aufgabe übernehmen, bitte. Ich opfer mich jetzt wirklich diesen Müll rauszubringen. Du hast mit Sicherheit die letzten zwei bis drei Mal den Müll rausgebracht, ich bin dran, ich gehe raus, ich gehe raus. Nadine, bitte, ich habe Popatrol runtergegangen, du kannst was schauen jetzt, bitte. Du darfst was schauen, es ist okay. Wenn du mich bestätigen willst, dann mit Essen, aber ganz sicher nicht mit dem Handy. Gib mir den Müll, geh einen Meter weiter weg und nichts Schlimmes wird passieren. Schau mal dahinten. Vergiss es! Nadine, lass mich hier ruhen. Ich finde es zwar nicht lustig mit dem Müll, ich meine, das ist echt ernst. Stopp jetzt! Stopp! Ich bin schwanger, ich kann brutal werden! Dieser Müll verlässt hier nur mit mir das Haus, Leute, ne? Da bist du jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020